Im Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump läuft nun die Beweisführung der Demokraten. Anklageführer Adam Schiff bringt im Senat in Washington die Vorwürfe gegen den Republikaner in der Ukraine-Affäre nochmal auf den Punkt. Präsident Trump hat unter Missbrauch seiner Macht um eine Einmischung von außen in unsere demokratischen Wahlen gebeten, um seine Wahlchancen im eigenen Land zu erhöhen. Als er erwischt wurde, hat er die Macht seines Amtes genutzt, um die Untersuchungen zu seinem Fehlverhalten zu behindern. Die Demokraten werfen Trump vor, den ukrainischen Staatschef Volodymyr Zelenskyj zu Ermittlungen gegen Ex-US-Vizepräsident Joe Biden gedrängt zu haben. Denn dieser könnte Trump bei der Präsidentschaftswahl im November herausfordern. Die Anklagevertreter zeigen während ihrer Ausführungen immer wieder Videos und Dokumente, die die Vorwürfe gegen Trump belegen sollen. Trumps Verteidiger dürften von Samstag an ihre Argumente vortragen. Trump selbst sagt beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der Schweiz, er würde gerne am Impeachment-Prozess teilnehmen. Er wolle, so wörtlich, in ihre korrupten Gesichter schauen. Seine Anwälte dürften damit aber ein Problem haben.